Hallo und herzlich Willkommen bei 10xTrading. Im heutigen Video sprechen wir über wichtige Makrodaten, wir analysieren die Märkte und es gibt ein Update zu C3 AI. Zu Beginn des heutigen Videos sprechen wir über einige Grafiken und Makrodaten. Wir beginnen mit Smart Money vs. Dam Money und sehen hier durchaus eine interessante Entwicklung. Für den Moment haben die Abverkäufe bei den institutionellen Anlegern jetzt erstmal gestoppt, während wir erste Anflüge von Panik sehen bei den Kleinanlegern. Gerade der Nasdaq hat ja gestern auch mit den 12.900 Punkten ein durchaus interessantes Level getroffen und wir sehen jetzt auch die erste Gegenbewegung heute im Rahmen der Korrektur am Markt. Der Nasdaq sogar 0,3% im Plus, jetzt aktuell wieder bei den 13.000 Punkten. Auch einige Aktien, die zuletzt vor allen Dingen sehr, sehr stark waren, erholen sich heute wieder von den teils scharfen Abverkäufen und das ist natürlich jetzt ein wichtiges Thema, worüber wir in den kommenden Tagen ganz genau sprechen. War es das jetzt möglicherweise schon mit der Korrektur oder ihr wisst, das Impuls zur Downside, möglicherweise aktuell das Korrektiv nach oben und dann möglicherweise noch ein bisschen mehr Schmerz für die Kleinanleger kommende Woche in Form von weiteren Abverkäufen. Sehr spannendes Bild aktuell, bleibt definitiv dran und wir sprechen auch noch kurz über den Fahrplan natürlich über das Osterwochenende. Es wird einige 10x Watchlist Videos geben morgen und am Samstag und am Sonntag posten wir natürlich abends dann ganz klar den Ausblick für die kommende Woche. Und die kommende Woche könnte es durchaus in sich haben. Nicht nur bekommen wir wichtige Inflationsdaten mit den PCE-Daten aus den Vereinigten Staaten und den Erzeugerpreisen und noch zusätzlich den PCE-Daten aus Deutschland, sondern wir sehen auch, dass die Volatilität, also die Implight-Volatility auf den S&P 500 aktuell an Tiefständen angekommen ist, wie wir sie, muss man sagen, hier von der Market hier sehr schön beschrieben haben, in der modernen Zeit jetzt gesehen haben. Also seit die FED begonnen hat, Quantitative Tightening zu betreiben und das ist eben die große Frage und die Frage auch von der Marke, die hier aufgestellt wird. Sind wir wirklich schon bereit, sozusagen, dass wir wieder auf die alten Tiefs zurückfallen bei der Volatilität? Ist der Markt wirklich in der Lage, wenn wir über den WIX an sich sprechen, ihn deutlich unter 18 oder deutlich unter 17 möglicherweise zu drücken? Oder, und das muss man hier ganz klar auf dem Zettel haben, Stichwort, sichere dein Depot ab, wenn der WIX günstig ist. Stehen wir möglicherweise hier wirklich nochmal vor einem Aufschaukeln der Volatilität vor etwas schärferen Korrekturen am Markt. Und diese möglichen Korrekturen hätten auch durchaus noch ein bisschen Platz zur Downside, wie wir hier in dem schönen Trendkanal sehen von der Market hier im S&P 500 im aktuellen Bild. Das ist ein sehr kurzfristiger Chart. Das Tief ist sozusagen das Tief Mitte März, was wir im Rahmen der Bankenkrise gesehen haben. Und da sehen wir aktuell, dass der Markt zur Downside durchaus noch etwas Platz hat. Wir schauen uns auch diesen Trendkanal später bei den Live-Charts im Future ganz genau an und gehen natürlich auf die wichtigen Levels ein, auf die wichtigen Supports, wo ich dann auch im Rahmen von einer potenziell noch etwas sich fortsetzenden Korrektur wieder über Nachkäufe nachdenke. Und diese Korrektur würde auch durchaus ins Bild passen, wenn wir mal den Anleihenmarkt mit dem Aktienmarkt vergleichen, hier im Rahmen der Volatilität. Ihr wisst, der Move-Index, das ist sozusagen die Volatilität des Anleihenmarkts. Und der WIX ist ja, wie wir wissen, die Volatilität auf den S&P 500. Und wir sehen hier eine deutliche Lücke. Also der Anleihenmarkt signalisiert hier, dass wir durchaus nochmal Grund hätten, auch am Aktienmarkt für etwas sich aufschaukelnde Volatilität. Insbesondere, weil wir jetzt gerade nochmal zuletzt sehen, dass sich die Volatilität am Anleihenmarkt aufzuschaukeln beginnt, während der WIX hier noch komplett an den Tiefs ist und völlig entspannt ist. Wir bleiben direkt beim Anleihenmarkt und schauen uns hier mal den Chart an zur Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihe, der hier aktuell aus dieser Range droht auszubrechen nach unten. Wir haben sie gestern gesehen bei 3,25 Prozent wirklich am Support. Heute steht sie ein bisschen höher bei 3,29 Prozent. Schauen wir uns heute auch nochmal kurz bei den Live-Chats an. Hier ist durchaus ein aggressiver Abwärtstrend aktuell zu sehen. Und da muss man ganz klar auch nochmal sagen, möglicherweise stehen die hier wirklich auch nochmal vor einer etwas schärferen Gegenbewegung. Stichwort potenzielle Inflationsdaten. Nächste Woche muss man ganz klar drauf warten, was hier definitiv heute spannend war. War eine Aussage von Ballard. Der hat gesagt, diese niedrigen Zinsen oder diese fallenden Zinsen aktuell wären durchaus praktisch, weil die dabei helfen würden, die Bankenbelastungen zu reduzieren. Also mehr oder weniger eine Aussage von einem hohen Tier bei der FED, dass sie das aktuell gar nicht so schlimm findet, dass der Markt gegen sie ankämpft. Wir kommen zum Sentiment und sehen einen Fear and Greed Index, der tatsächlich jetzt im Bereich der Gier unterwegs ist mit einem Stand von 56. Haben wir bitte auf dem Zettel. Auch sehr interessant ist die neueste AII Sentiments Befragung. 33 Prozent sind jetzt wieder bullish von 22 Prozent. In der vergangenen Woche nur noch 35 Prozent aktuell im Bärenlager. Und bei der aktuellsten YouTube Umfrage, wir starten diese ja jetzt immer sonntags und mittwochs. Am Sonntag waren noch 38 Prozent von euch bullish. Jetzt steppt wieder der Bär in der YouTube Community. Jetzt sind es wieder 47 Prozent von euch, die bärisch sind. 23 Prozent neutral und 30 Prozent von euch sind noch bullish aktuell. Den Wirtschaftskalender schauen wir uns natürlich auch noch an. Heute gab es die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas weniger als in der Vorwoche. Da waren es Frage und schreibe 246.000. Diese Woche sind es aber auch noch deutlich über 200.000 und deutlich über der Prognose sind 228.000 gemeldet worden. Ganz wichtig, morgen, auch wenn Feiertag ist, auch wenn die Börsen sozusagen geschlossen haben und wir morgen auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein Aktienvideo machen werden und kein Marktanalysevideo, überlegt euch sehr genau, welche Positionen ihr im Trading-Bereich übers Wochenende halten wollt. Denn wir haben morgen wichtige Wirtschaftsdaten, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die Non-Farm-Payrolls. Hier rechnet man mit 239.000, da waren es im Vormonat 311.000 und auch ganz wichtig, morgen kommt die Arbeitslosenquote und auch noch gleich ein Hinweis für nächsten Montag. Wir haben am Montag auch noch Feiertag. Die Amerikaner handeln bereits wieder am Montag. Also wie gesagt, überlegt euch ganz genau, welche Positionen ihr meines Erachtens mit ins Wochenende nehmt. Damit kommen wir zur Chart-Analyse und die beginnen wir mit dem Blick auf TLT, den ETF, auf die langlaufenden US-Staatsanleihen. Den finde ich aktuell durchaus interessant, weil wir jetzt hier wieder an der wichtigen Widerstandszone angekommen sind und der sich in den letzten Tagen und Wochen auch durchaus als gewisses Fieberthermometer für den Markt entwickelt hat. Und zwar eher inverse, wenn TLT steigt, ist das ein Zeichen, dass vor allen Dingen am längeren Ende oder generell auch die Anleihenzinsen fallen und das war zuletzt eher ein negatives Zeichen für die Aktienmärkte. Vor allen Dingen, wenn der Fall der Anleihenzinsen und eben das Steigen von TLT sehr aggressiv stattgefunden hat, wie wir es eben hier vor allen Dingen Mitte März beobachtet haben. Aktuell sind wir an der wichtigen Widerstandszone bei TLT. Ich kann hier jetzt keine frischen Long-Einstiege empfehlen, was allerdings schon interessant wäre, wenn er hier wirklich ausbrechen sollte oder wenn er es gar schaffen sollte, diesen übergeordneten Aufwärtstrend zurückzuerobern, den wir eben seit den 52 Wochen tiefste sehen, der hier zuletzt Widerstand war. Danach gab es aber Support auf der Herzlinie von dieser Range. Und das ist durchaus für den weiteren Verlauf ein bullisches Signal. Und man muss natürlich ganz klar sagen, mittelfristig kann man natürlich davon ausgehen, dass die Zinsen weiter fallen werden und das wird natürlich für den Anleihenmarkt dann gerade im Rahmen einer Rezession durchaus rückenwind sein. Die große Frage ist, ist es jetzt bereits soweit, dass TLT hier ausbrechen kann oder scheitern wir ein weiteres Mal an dieser Range und gehen hier nochmal in eine Korrektur? Das werden wir natürlich ganz genau beobachten. Und wir haben zwar eingangs bei den Makrodaten schon über die Volatilität gesprochen, schauen uns aber hier den Moveindex, also den WIX sozusagen auf den Anleihenmarkt durchaus mal im Detail an, weil ich finde, das ist eine interessante Konstellation. Ein Konterabwärtstrend, in einem übergeordnet monatelangen Aufwärtstrend und vor allen Dingen jetzt hier dieses letzte massive Aufschaukeln des Moveindex. Haben wir genau verfolgt, auch diesen Breakout. Und danach haben wir gesehen, ist auch übergeordnet auf viel Jahreshochs gestiegen. Wenn wir hier mal kurz in den Wochenchart gehen, das waren hier Volatilitätsangaben, die wir zuletzt im Rahmen der großen Finanzkrise gesehen haben. Und das müssen wir jetzt meines Erachtens schon ganz genau beobachten, wie sich die Volatilität am Anleihenmarkt hier weiterentwickeln wird. Ist nicht gesagt, dass dann deswegen auch definitiv nochmal neue Hochs zustande kommen, dass hier nochmal die richtige harte Panik ausbricht am Anleihenmarkt. Aber eins würde ich mir schon festlegen, wenn der hier wirklich ausbricht und meinetwegen nochmal eine 175 oder 190 anläuft im Moveindex, das würde man vermutlich auch sehen, bei einem gewissen Abtick dann in der Volatilität am Aktienmarkt, also beim WIX. Und das wäre natürlich verbunden auch nochmal mit einer etwas schärferen Korrektur am Aktienmarkt. Wir sehen also, dass wir weiterhin in einem Marktumfeld unterwegs sind, das es sehr wichtig macht, auf verschiedenste Märkte, Charts und Indikatoren zu achten und diese dann auch idealerweise zu kombinieren. Und deswegen schauen wir natürlich auch weiterhin auf das Thema Liquidität, das A und O aktueller Marken. Das hier ist ein sehr beeindruckender Chart. Das sind die Bilanzsummen der wichtigsten Notenbanken der Welt kombiniert in einem Chart, also der EZB, Bank of Japan, People's Bank of China und natürlich auch der FED. Und da könnte man sagen, man sieht hier eindrucksvoll das Ende der lockeren Geldpolitik. Hier natürlich 2022 massiver Entzug von Liquidität. Und jetzt sehen wir aber auch ganz klar, darüber sprechen wir aber auch schon seit einigen Wochen, seit Oktober steigende, übergeordnet steigende Liquidität. Und aktuell, und das ist durchaus interessant, da zoomen wir jetzt mal ein bisschen rein, gehen wir sozusagen am Widerstand seitwärts, was die Liquidität angeht. Und das macht natürlich aktuell zwei Szenarien auf. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir übergeordnet sehen, wenn wir hier den S&P 500 drüberlegen, steigende Liquidität seit Oktober, übergeordnet steigende S&P 500 seit Oktober. Und jetzt gehen wir hier an dem Widerstand seitwärts und das öffnet natürlich zwei denkbare Szenarien. Wenn die Liquidität hier nach oben ausbricht, wird es vermutlich auch der S&P 500 noch einmal tun. Und wenn wir jetzt in der kommenden Wochen oder in den kommenden Wochen erkennen, dass hier die Liquidität wirklich scharf zurückgehen sollte. Und wenn der Markt dann insbesondere noch ein bisschen weiter steigen sollte, dann haben wir ein eindeutiges Warnsignal, dass wir sehr, sehr vorsichtig werden sollten. Seid euch sicher, diesen Chart habe ich ganz besonders im Auge. Und auch diesen Markt haben wir natürlich ganz genau im Blick. Einige erkennen den Chart wahrscheinlich direkt, manche träumen vielleicht sogar schon davon. Es sind die Natural Gas Futures, der sogenannte Witwenmacher und der macht hier seinem Namen aktuell auch wieder alle Ehre. Wir sind heute durch die 20er und 50er Linie durchgebrochen. Im 4-Stunden-Chart haben wir darüber gesprochen. Die sind essentiell wichtig. Die tragen entweder eine Rallye oder sie drücken den Kurs wirklich systematisch nach unten. Und da sind wir zum jetzigen Zeitpunkt wieder drunter. Und wir sind jetzt hier auch am Support in diesem aktuellen, man muss sagen, neutralen Wedge. Wir haben eine ähnliche Formation hier auf der linken Seite. Da kommt der Kurs von oben rein, bricht dann letzten Endes nach unten durch. Aktuell sehen wir wieder, der Kurs kommt von oben rein. Und die große Frage ist, bricht er hier wirklich ein weiteres Mal durch zur Downside? Das würde dann durchaus nochmal Kursziele ermöglichen. Deutlich tiefer, wenn wir nochmal brechen würden, auf neue 52 Wochentiefs. Definitiv Preisalarme setzen im Bereich zwischen 2 US-Dollar und 1,97 Dollar. Du bist dann hier im Bereich der 52 Wochentiefs. Wenn du diese Bewegung bekommst, einen Breakdown drunter, einen Backtest der 2 US-Dollar dann als Widerstand ist meines Erachtens der Zeitpunkt gekommen. Hier nochmal extrem vorsichtig zu seinem Gaspreis. Weil wir dann durchaus Kursziele sehen von 1,67 Dollar, 1,52 Dollar und möglicherweise sogar aus dieser Rally, das 161er Fibonacci zu Downside, 1,31 Dollar. Und wir wissen, wie wild dieser Markt sein kann. Und wenn wir hier wirklich in diese supportfreie Zone gehen, sage ich jetzt mal aus der jüngsten Vergangenheit, auf neue Tiefs brechen, dann kann das durchaus nochmal zu einer aggressiven Kapitulation führen. Aber dennoch ist dieser Preisbereich natürlich auch weiterhin sehr interessant. Du bist jetzt hier am lokalen Support beim Gaspreis. Aber meines Erachtens werde hier bitte nochmal extrem vorsichtig, falls der hier wirklich die 2 US-Dollar rausnimmt. Im Prinzip schon, wenn diese lokale Trendlinie bricht. Weil wir haben jetzt hier wirklich ganz klar die Wigs, die Wig-Lows miteinander verbunden. Du baust hier übergeordnet ansteigenden Tiefs. Wir können uns auch hier aufs Letzte der steigenden Tiefs wirklich nochmal eine horizontale Linie drauflegen und sehen, dass wir den Gaspreis nicht mehr sehen wollen unter 2,01 Dollar. Nicht mehr unter 2 US-Dollar und schon gar nicht eben unter diesem Paniktief hier aus der Kapitulation Ende Februar unter 1,96 Dollar. Ganz wichtig nach oben hat dieser Markt natürlich viel Potenzial. Aber wir sehen auch, dass hier aktuell wenig Kaufdruck drauf ist. Insbesondere sehen wir das hier an den eindeutig fallenden Hochs. Wir kommen zum Goldmarkt und der ist erwartungsgemäß durchaus technisch unterwegs. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass wir hier die Downside abmessen, dass wir hier am 88er Fibonacci angekommen sind, der gesamten Downside. Also hier eine wichtige Widerstandszone bei 2.021 US-Dollar. Gestern hier auch Widerstand gefunden in Form einer Doji-Kerze. Heute gab es erst leichte Abverkäufe. Aber der Dip wurde jetzt vom Markt für den Moment gekauft. Das heutige Tagestief waren exakt 2.000 US-Dollar. Jetzt bitte auf dem Zettel horizontalen Support drauf. Wenn er da drunter bricht, geht der Goldpreis in eine etwas schärfere Korrektur. Und nicht nur ist hier das 88er Fibonacci, wenn wir uns hier diese letzte Korrektur mal abmessen beim Goldpreis. Wir sehen, dass wir hier auch reingelaufen sind ins 141er Extension seit dieser etwas größeren Korrektur im Februar runter auf die Märztiefs. Da sehen wir hier die 141. Und wenn er das noch rausnimmt. Und ich muss sagen, ich traue dem Markt das durchaus zu. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier wirklich die 2.000 US-Dollar als Support halten, dann holt er sich hier oben noch die 161. Und das wäre dann nochmal ein Kurs beim Gold von 2.060 US-Dollar. Aber wir sind hier übergeordnet längere Zeit schon an einem überkauften RSI. Der MACD baut an einer bärischen Divergenz, also deutlich weniger Momentum als hier an diesem Hoch. Deutlich mehr Momentum als an diesem Hoch. Also wir sehen hier durchaus fallendes Momentum bei weiter steigenden Kurse. Das sind durchaus erste Warnsignale. Goldpreis profitiert natürlich von fallenden Zinsen. Das müssen wir jetzt ganz genau beobachten. Erinnere dich vorher an die Charts, die Zinsen am Support, TLT am Widerstand. Das kann sich durchaus noch ein bisschen fortsetzen. Hier aber übergeordnet sehe ich den Goldpreis natürlich im Bereich von wichtigen Widerständen. Aber eins ist auch klar. Diese beiden weißen Linien hier oben, das sind die All-Time-Highs bei Gold. Und wenn er hier ausbricht, der Chart, dann haben wir natürlich potenziell deutlich mehr abseits. Dann hätten wir das nächste oder erste Kursziel aus dem großen Rücksetzer bei 2.199 US-Dollar, 2.264 US-Dollar. Und der goldene Schnitt aus der Korrektur 2022 wäre dann hier sage und schreibe bei einem Goldpreis von 2.357 US-Dollar mittelfristig. Sicherlich kein völlig unrealistisches Kursziel. Aktuell bin ich hier eher ein bisschen vorsichtig, weil wir eben sehr nah an den All-Time-Highs-Transen und auch an wichtigen Widerständen. Durchaus ein Platz für Gewinnmitnahmen. Dips sieht man ja heute, der mildeste Dip wird bereits gekauft. Eine etwas größere Korrektur beim Goldpreis könnte man sich dann durchaus oder aber auch den Breakout auf neue All-Time-Highs könnte man sich dann durchaus anschauen. Wir kommen zu den Indizes und die beginnen wir mit einem Blick auf den Volatilitätsindex. Und das ist durchaus interessant und zeigt auch die Diskrepanz aktuell zwischen Anleihenmarkt und Aktienmarkt. Während der Move-Index droht nach oben auszubrechen, sind wir beim WIX hier aktuell fallende Tendenzen heute minus 2,1 Prozent. Und das muss sich natürlich jetzt jeder selber fragen. Ist das hier aktuell eine Situation, wo der WIX wirklich massiv nach unten durchbrechen wird? Die Indizes, Aktienindizes nochmal massiv ausbrechen können oder sehen wir tatsächlich eher einen Volatilitätsindex am Support? Wir sehen hier die lokalen Tiefs einmal bei 18,2. Das ist hier das Tief aus dem März und das übergeordnete 52-Wochen-Tief sehen wir hier unten im Bereich der 17. Und das ist auch die Frage in dem heutigen Video und der Kommentar unter dem Video, mit dem du natürlich die Reichweite wieder deutlich erhöhen kannst. Schreib mir mal in die Kommentare, bricht der WIX jetzt erst nochmal auf 20 aus und wir sehen nochmal eine etwas schärfere Korrektur oder verabschiedet sich die Volatilität nach unten und die Rallye am Markt kann demnach weitergehen. Damit kommen wir zum S&P 500 und die Bullen versuchen hier ganz klar die Antwort zu geben, die Rallye soll direkt fortgesetzt werden. Wir sehen den Markt heute 0,3 Prozent im Plus, seit den Tagestiefs in den Futures sogar 0,8 Prozent wichtiger Widerstand und das habt bitte auf dem Zettel sind jetzt hier aktuell ganz klar die 4.100 Punkte. Wenn er da drüber ausbricht, dann greift er hier zumindest nochmal dieses Top an bei 4.140, meines Erachtens aber auch die 4.155 und kann hier auch drüber ein bisschen rausspitzeln, wie wir es gesehen haben im Februar. Was aber auch ganz wichtig ist und das ist ein unglaublich wichtiges Level, das ist vom All-Time-High aufs 52-Wochen-Tief. Das 50er-Fibonacci hier entscheidet sich viel am Markt, auch gerade zum Thema Sentiment und zum Thema Erwartung. Wenn ein Markt über das 50er-Fibonacci der gesamten Downside ausbricht, ist das durchaus signifikant und was der Markt hier zeigt, wir hatten noch keinen einzigen Tagesschlusskurs, auch nicht in den Futures, über dem wichtigen Level und das wäre meines Erachtens ein kritischer Punkt. Tagesschlusskurs über 4.155 Punkte und dann sprechen wir über das nächste Kursziel, nämlich das 61er-Fibonacci bei 4.311 Punkte. Aktuell beobachten wir aber ganz genau bitte die momentane Marktsituation. Das kann natürlich heute auch nur eine milde Gegenbewegung sein auf die etwas schärferen Abverkäufe. Hier nochmal der Versuch den Dip zu kaufen, das könnte bestraft werden mit einer Bullenfalle, die uns dann hier wirklich eine etwas schärfere Korrektur bringt, die uns auf 4.000 bis 3.920 Punkte bringen kann. Das ist hier die aktuelle Golden Zone. Im weiteren Bild hier auch die 200-Tage-Linie übergeordnet. Muss man aber auch, falls das eine schärfere Korrektur werden sollte, nächste Woche einen Dip oder darf man einen Dip nicht ausschließen, hier in den Bereich nochmal der 3.880 Punkte. Das werden wir mal ganz genau und engmaschig beobachten. Und wie gesagt, ich bin zum aktuellen Zeitpunkt vor allen Dingen jetzt hier unter den kritischen 4.100 Punkte wirklich sehr zurückhaltend mit frischen Long-Positionen. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir kommen zum Nasdaq 100 und hier sind die Bullen sogar noch ein bisschen aktiver als im S&P 500. War ja zuletzt auch der deutlich stärkere Index. Wir hatten heute einen Dip auf die 12.834. Der wurde für den Moment durchaus aggressiv gekauft. 1,4% im Plus von den Tagestiefs. Wir waren sogar am Tageshoch. 1,7% im Plus im Verhältnis zu den Tagestiefs. Aber zwei Dinge sind hier sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen in den kurzen Zeiteinheiten sieht man diesen Trend wunderbar. Du siehst hier einen ganz klaren Trendbruch beim Nasdaq und den testest du heute als Widerstand. Ganz kritischer Punkt. Und auch übergeordnet können wir hier in dieser kleinen Korrektur, die durchaus so ein bisschen parabolische Züge angenommen hat in den letzten Tagen. Kleine Gegenbewegung war vor allen Dingen in den kurzen Zeiteinheiten durchaus abzusehen. Da waren wir stark überverkauft hier in diesem Bild. Wir sehen aber hier auch einen kleinen Konterabwärtstrend und der ist wieder ein ganz wichtiges Signal für uns. Denn das würde möglicherweise signalisieren, dass der Nasdaq hier wirklich an einem etwas schärferen Ausbruch arbeitet. Deswegen zeichne dir den durchaus ein und such immer im Rahmen von Konsolidierungen, im Rahmen von Korrekturen. Hier haben wir es wunderschön gesehen, Konterabwärtstrends und ein Breakout aus einem solchen Konterabwärtstrend. Vor allen Dingen in einem aggressiven Aufwärtstrend ist dann durchaus ein signifikantes Longsignal. Aktuell ist es noch nicht so weit, dass der Nasdaq hier ausbricht. Wichtige Supports sehen wir ganz klar im Bereich der 12.900 Punkte. Und wenn er hier wirklich noch ein bisschen schärfer dippen sollte, wenn der Markt jetzt hier abprallen sollte und vor allen Dingen diesen steilen Aufwärtstrend wirklich hier als Widerstand bestätigt, dann können sich nächste Woche auch hier die Abverkäufe noch ein bisschen beschleunigen. In dem Bereich ganz klar der 12.500 bis 12.200 Punkte, das ist allerdings ein wichtiges Support-Level jetzt beim Nasdaq, wo ich ihn kurzfristig vor allen Dingen, wenn diese Aufwärtsbewegung sich hier fortsetzen soll, nicht mehr drunter sehen will. Und auch der DAX ist hochspannend aktuell. Wir sehen ihn ja hier in diesem sehr steilen Aufwärtstrend und den hat er heute tatsächlich als kleine Bärenfalle bestätigt. Wir sehen hier einen winzigen Dip drunter und aber eine massive Reaktion nach oben. Der DAX ist jetzt wieder an diesen lokalen Hochs dran und habt mir bitte diese Zone von 15.650 bis 15.750 Punkte auf dem Schirm. Hier kann er hohen Verkaufsdruck bekommen, keine Frage, aber einen Breakout aus dieser Zone halte ich für durchaus signifikant. Wir haben schon einige Male darüber gesprochen, die Kursziele bei einer potenziellen weiteren Aufwärtsbewegung sehen wir dann im Bereich der 16.046 Punkte. Hier wäre die 127 von diesem Rücksetzer, die 141, sehen wir bei 16.222 Punkte. Hier sind wir dann ganz knapp dran an frischen All-Time-Highs und falls es die Bullen wirklich schaffen sollten, den Markt auf neue All-Time-Highs zu schieben, ist hier das erste Kursziel bei 16.400, dann eben möglicher Rücksetzer. Und wenn du so ein All-Time-High verteidigst, möglicherweise dann noch deutlich mehr Abseits. Ist Zukunftsmusik aktuell, schauen wir hier ganz klar auf diese Konsolidierung beim DAX, die jetzt hier definitiv keine neuen Tiefs mehr anlaufen darf. Und heutiges Tagestief, wenn er das nochmal brechen sollte, der DAX deswegen hier ganz klar horizontale Supportzone drauf. Hier haben sich die Bullen jetzt ein bisschen verraten, haben hier aggressiv zugegriffen. Neue Verlaufstiefs unter 15.000, nochmal deutlich unter 15.500. Dann rechne ich nochmal mit einer etwas schärferen Korrektur im DAX. Lokale Support sehen wir dann im Bereich der 15.2 bis 15.000 Punkte kritischer Support hier in diesem Bereich. Wenn er da allerdings drunter bricht, dann greifen wir diese signifikante Tagestief waren vom 20. März. Und eins ist auch klar, das war eine sehr, sehr bullische Kerze, die wir hier gesehen haben. Von diesem Tief hat der DAX auch nochmal rausgeholt. 8,8 Prozent. Wenn sowas aber zur Downside bricht, dann fliegen hier eine Menge Stops und dann kann es durchaus nochmal eine etwas schärfere Abwärtsbewegung einläuten. Ganz wichtig, aktuell DAX lokal für die Bullen, die jetzt hier unmittelbar weiter bullisch sind. Nicht mehr unter 15.500 Punkte. Der Hang Sangenex kommt freundlich aus den Feiertagen zurück, bricht jetzt hier möglicherweise aus der 50-Tage-Linie aus. Das ist durchaus signifikant, vor allen Dingen auch für Einzelaktien beim chinesischen Aktienmarkt. Support haben wir gestern gefunden an der wichtigen horizontalen Unterstützung aktuell bei 20.000 bis 20.100 Punkte. Wenn wir auf die linke Seite schauen, das war hier zuletzt signifikanter Widerstand, wird jetzt hier offensichtlich aktuell zum Support. Der nächste Widerstand und damit gibt sich hier eine ganz klare Range zwischen 20.100 und 20.900. Hier sehen wir dann das aktuelle 38er Fibonacci. Der gesamten Downside, muss man sagen, signifikanter Punkt. Und wenn er das rausnimmt, haben wir schon häufiger drüber gesprochen, dann ist ganz klar mein nächstes Kursziel die Nackenlinie oder Nackenzone von dieser potenziell sehr beeindruckenden großen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Und dann sprechen wir von Kursen im Hang Sangen über 22.900 Punkte. Aktuell spannend. Was ich jetzt nicht mehr sehen möchte, lokal, muss man ganz klar sagen, der sollte jetzt hier gerne aus der 50-Tage-Linie ausbrechen und dann lass auch gern die 20.900 direkt hinter dir und dann öffnet sich eben diese Range, die wir auch sehr gerne in den vergangenen Wochen und Monaten durchaus mit sehr harten senkrechten Bewegungen auskontern können. Also aktuell keine Kurse mehr im Hang Seng Index unter, könnte man sagen, 20.000. Zur Not haben wir die 20-Tage-Linie auf dem Zettel bei 19.7 bzw. 19.8 und die 200-Tage-Linie bei 19.6. Darunter möchte ich ihn final jetzt nicht mehr sehen. Wir kommen zum Bitcoin im Tageschart und der Bitcoin, ich kann mich nur wiederholen, der macht es hier unfassbar spannend. Das ist aktuell meines Erachtens einer der spannendsten Märkte, auch wenn es überhaupt nicht danach aussieht, weil es hier danach wirkt, als würdet ihr hier in einer komplett toten Range seitwärts gehen. MACD völlig eingeschlafen, RSI aktuell völlig eingeschlafen. Aber was hier wirklich passiert preistechnisch, ist unglaublich signifikant. Wir haben jetzt wieder Support gefunden an der 20-Tage-Linie, haben wir die ganzen Tage darüber gesprochen, da muss ein Preisalarm sitzen und der Preisalarm sollte hier auch beim Bitcoin unter den heutigen Tagestief sitzen, nämlich unter 27.700 Punkte, weil dann bricht da möglicherweise wirklich mal final diese 20-Tage-Linie. Da hat sich jetzt durchaus auch viel Druck aufgestaut. Dann kann es mal eine Kapitulation geben, eine kleine hier zumindest mal in dem Bereich der 25.000 Punkte. Hier läuft die 200-Wochen-Linie, aktuelle 50-Tage-Linie halte ich dann wieder durchaus für einen interessanten Punkt. Und was wir bitte auch auf dem Zettel haben, da habe ich jetzt die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen, warum ist diese Preiszone hier so unglaublich signifikant? Und da möchte ich gerne mal mit euch zusammen nochmal rauszoomen. Wir schauen uns die gesamte Downside beim Bitcoin an. Seit dem All-Time-High im November 2021 gehen hier nach unten, ans Tief nach dem FTX-Crash bei 15.900. Und da bist du jetzt von dieser gesamten Downside am 23er Fibonacci angekommen. Deshalb ist der Markt hier so verbissen, dieses Level auch zu halten und die Bären sind hier so verbissen, dieses Level nicht herzugeben, weil sie wissen, wenn der hier ausbricht und vor allen Dingen aus den 30.000 haben wir auf der linken Seite erstmal keine Widerstände und sehen das nächste klare Kursziel im Bereich der 36.000 US-Dollar. Potenziell mit weiteren Verläufen dann 42.000 bis 48.000 ist dann das 50er und 61er Fibonacci. Aber das kritische Level aktuell und damit das nächste Kursziel beim Bitcoin und damit auch von aktuellen Levels durchaus eine interessante Upside von nochmal 28 Prozent. Stell dir das mal vor, was das am Altcoin-Markt auch vor allen Dingen auslösen würde. Das ist hier bei 36.000 Punkten und deswegen muss er oder deswegen muss er hier ganz klar versuchen, diese Levels zu verteidigen. Wir sehen auch heute wieder eine Kerze, die an der Downside durchaus Kaufdruck erzeugt. Die 20-Tage-Linie wird hier vom Markt gekauft. Die Frage ist nur, haben die Bullen hier die Kraft, um auszubrechen und spätestens einen Breakout über die 30.000 US-Dollar. Wenn wir hier dann sehen, der fällt nicht mehr drunter, den müsste man sich dann durchaus nochmal anschauen für die Fortsetzung. Aktuell bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil wir sind am Widerstand. Mehr Widerstand wie aktuell geht nicht. Deswegen bin ich hier vorsichtig mit frischen Long-Positionen, halte meine Altcoin-Besternisse, Ende nach wie vor, weil es für mich durchaus nicht ausgeschlossen ist, dass der Bitcoin hier wirklich diesen Breakout schafft. Und wir wissen auch, Bitcoin-Märkte oder Kryptomärkte sind nie geschlossen. Da kann es unter anderem am Wochenende auch spannend werden. Wir kommen zum Update von C3 AI. Die Aktie ist heute 10% im Plus und die habe ich wirklich mal nur dabei, damit du siehst, wie perfekt teilweise einfach horizontale Supports und Unterstützungszonen funktionieren. Wir hatten hier die Unterstützung drin bei 20 US-Dollar nach diesen extremen Abverkäufen. Wirklich eine Punktlandung auf den 20 US-Dollar. Heute eine schöne Gegenbewegung. Ganz wichtig, bitte jetzt hier lokal nicht hinterher springen. Die Aktie ist übergeordnet. Erst so richtig, wie man sagt, in play, wenn sie aus den 23 US-Dollar hier ausbricht. Hier haben wir eine sehr volatile Range, eine Akkumulationsphase. Wir sind jetzt hier auch an der 50-Tagelinie. Und es war durchaus auch abzusehen, dass die Aktie nach diesen extremen Abverkäufen hier eine kleine Gegenbewegung andeutet. Wichtig ist aber auch eine Aktie, die habe ich vor allen Dingen auf meiner Trading-Watchlist aktuell ganz weit oben. Extrem volatile Aktie, meines Erachtens hier auf diesen hohen Niveaus. Ist auch nicht geeignet für eine langfristige Investition, weil die durchaus zur Downside hier nochmal bis zu 40, 50% haben kann. Aber für Trader ein extrem interessanter Titel aktuell am Widerstand bei 24 US-Dollar. Wenn er diesen Widerstand raus, dann haben wir natürlich hier diesen lokalen Trend. Der kann zum Widerstand werden, aber wenn wir hier nochmal sehen, dass die Aktie drüber springt, dann haben wir deutlich mehr Upside-Potenzial in dem Bereich der 30 US-Dollar. Ich packe die auch am Wochenende ins Watchlist-Video für eine etwas ausführlichere Analyse und komme auch hier sehr gerne auf den Discord und werde 10X-Member. Da gibt es natürlich auch regelmäßig Updates dazu. Und auch mit dieser Bewegung konnten einige Mitglieder heute schon durchaus schöne Renditen einfahren. Wenn du dabei bist, Gewinnmitnahmen können nicht schaden, vor allen Dingen vor dem Wochenende. Ansonsten schauen wir uns diesen Titel nächste Woche wieder ganz genau an. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 10X Trading. Dadurch bekommst du Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, wo du dich mit vielen Gleichgesinnten austauschen kannst und wo ich täglich Markt- und Aktienanalysen poste. Ich bedanke mich vielmals und sage Tschau.